Willkommen zu einer neuen Folge. Nach dem schönen Abbruch wieder sind wir wieder zusammen mit dem Fubar und dem Schnorrer. Willkommen. Heute Thermisto, falls es denn mit meinem Meisterschaftsrang klappt, eine Attentatsmission. Aladdin 5. Aladdin 5. Operator? Odis Wonders. Was sind Sie über das? So, bin ich gespannt. Sieht gut aus. Jo, er lädt auf jeden Fall. Wollen wir mal gucken, ob bei den Aladdin machen können. Was ist denn das für ein Endgegner, wenn das ein Attentat ist? Was sind das für ein dämlich Endgegner? Das sind zwei Endgegner. Ja, ich habe gerade falsch gedacht. Ich habe Attentaten mit Gefangennahme verwechselt. Also, ich sage mal, wir sterben dreimal. Das war super. Oh, ob du da schaffst. Das war ich für die Zweifel. ist richtig nach essen verdammt hat natürlich nach schnitzel du musst wieder hier seine spaßbremse seine ja nix mit verstecken hier ich bin so ein geiler hacker ich weiß noch wie ich mich damals bei der nsa reingehackt damals mit fünf mit meinem arm amiga habe ich mich da reingehackt weil es noch alle also ich habe jetzt das eine kabel gerüstet hier was ist das denn für eine schmuchtel ja wo wir jetzt nicht so ich denke das ist sogar sehr schlau hier zu suchen bis jetzt habe ich keine probleme ich dachte schon wieder ich fliege raus hat schon wieder so kurz geleckt was hier los das dreht sich aus absicher wahnsinn wer hätte daran bloß gezweifelt ist einfach weiterhelfen ohne die gegner zu töten die hier waren warum soll ich die denn töten aus sicherheitsgründen ach scheiß auf der sicherheit hier ist nicht das war ja wobei ich bin freut mich wir dürfen die mit tröcke bei Kassel um ein Kort um ein Korn öffnen auch der Blender und Und wo schießt ihr nochmal? Hier! Ja, wo auf die obszäen zu schützen ist immer nicht so schlau. Ne, ich hab mein Schilder verloren. Ja, 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 ja. So, fertig. Sollten wir die Konsole da hinten? Hier hast du eine Konsole. Oh, jetzt siehst du im Hacken. Und vielleicht nicht ganz so viele Gegner. Wer hat die denn schon wieder? Alarms have been reset. Ich sollte jetzt aber mal meine Energie aufsparen. Ja, was machst du? Oh, machst du schon. Toll! Ey, so ein Depp! Vor allen Dingen, der steht da und du tötest ihn direkt und trotzdem nicht alarmiert. Ist doch nicht normal. Ist doch nicht normal. Das ist Wahnsinn. Ich muss mal aufklären. Klack. 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 Hier ist ein Mod. Oh. Klack. Oh, Kloss. ein Fusionskirchen Krosser Schütt ja weil die Schicksal will fix that for you oh oh war glaube näher mhm ja das Schnitzel kommt näher das Schnitzel? ja loot 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 er wurde die ganze Zeit geballert und sieht nur in diesem kleinen Loot ja keine Zeugen vor allem lässt du die einfach weiter auf dich ballern ach solange die ihn nicht tun hier geht es jetzt aber bestimmt hier nur so nachher zurück hier ist noch ein Schrank ach du bist ja auch da hier ist noch ein wenn man wie so wollen wir nicht mal weiter er wird nur zahlen dabei ist es dann loot hier kommen viele was hat der enterprise gesagt halt die klappe ich mochte ich fertig hier lässt mich da alleine kämpfen und du loot es erst mal so wie du ach es ist das hier kindergarten oder was der du halt angefangen und auch ja wie ist das jetzt auch sie bis zu ein fuhr bei willkommen im kinder der kindergarten der kindergarten der kindergarten oh wenn es deine Freunde was dich sind want dein Frühstück herzlich willkommen bist du dich willkommen wenn ein Bedeutung auf meinen neuesten Sanuka Prototypen Zupel fahren? Nö, geht runter. Wir müssen nicht umblenden. Setzt hier vorm Entgicken. Kannst du ja schon mal anfangen. Ich habe hier noch Loot. Dann müssen wir so ein Loot her. Dann habe ich aber alles schon weggeleutet. Oh, kacke, hier kommt der Endgegner. Er kommt mit dem Fahrstuhl. Oh, Frau, bitte zum Endgegner. Jungen Frau, bitte zum Endgegner. Da musst du wohl noch ein bisschen warten. Die ersten, dass du das jetzt wieder hinkriegst. Du, bei mir ist kein Endgegner. Bei mir auch nicht. Siehste, bei dir sind die Gegner. Oh, wer steht denn da? Ah, ne, da stehe ich gerne. Das ist ja der Extraction Point. Das ist nicht der Extraction Point. Der kommt jetzt der Endgegner. Und jetzt, lasst mir dir das Zukunft zeigen. Sanuka, töten! Der kommt mir etwas japanisch vor. Ach, du kacke. Ich kann nicht entscheiden, Tenno. Hast du gekommen, um deine Freunde zu retten? Oder einfach stehle mein Property? Oh, ich wollte gerade den Typen angreifen. Nee. Hier, den Hund. Wo ist denn der? Da müssen wir schon wieder auf einen. Ich seh den nicht. Wo ist denn der? Ach, da. Hier hin. In mir. Oh, oh. Ach, du Scheiße, der ist aber megastark. Ja. Der kommt Schild runter. Da muss ich ja erst den anderen Typen angreifen. Da passiert ja gar nichts. Okay. Oh, oh. Oh, oh. Dann lass er jetzt den Typen kaputt machen. Sanuka ist dein Zukunft. Dein Destin. Du bist absolut. Mach Weg für die nächste Generation. Alter, dieser Aladin. Da passiert aber auch nichts wirklich. Ja, doch jetzt. Du, Kleiner Bob. Also, da gibt es wieder der Hund. Du siehst du jetzt. No, leave her alone. Ach, der ist wieder da. Irgendwas nur, ich sehe nichts mehr. Das hat eine Flashgranate benutzt, der Sack. So, mal wenn man den rufen. Ja, ja. Und der hebt ihn wieder auf, der Sack. Er ist dauernd. Schieß auf den Hund, schieß auf den Hund. Ich sehe ihn nicht mehr. Da drüben bei Ihnen. Füße der Hund ist kaputt. Oh, die Ene-Mod ist runtergefallen. Aber das war eigentlich relativ easy. Du sagst, wir sterben dreimal. Now get to extraction. Du, ah, bitte dich mit dem Pro. Da wird, da stimmt man nicht dreimal. Mit dem Pro. Mit dem Pro. Mit dem Pro. Wer Harry Potter unter steinder Weisen durchspielen kann, ja, da kriegt auch das hier hin. Was denn da noch wieder gefunden? Worauf wartest du jetzt? Glaub dich. Achso, ich dachte, da wäre auch das Ziel. Bist du sicher, dass wir runterfahren müssen? Ich glaube nämlich nicht. Oh, ich muss ja noch liefen. Ja, lass mich alleine. Jawohl. Hier, hier oben ist eine Mod. Alter, wo kommen die denn alle her? Jetzt auf einmal. Sie sollen sich erbrechen. Ah, jetzt wieder hacken. Da ist die Konsole hacken. Wo ist denn hier inne? Weiß ich nicht. Von der Seite. Irgendwo. In dem Raum vielleicht. Da hinten den Blickpunkt gesetzt. Ja, hab ich. Override complete. Move on. Ich muss noch zwei mit Kopfschuss erledigen. So. Noch einen. So, fertig. Yeah. Dann sind wir in die falsche Richtung. Oh, stimmt. Hier ist eine Mod. Wenn du das genau auf den Mod macht, dann verschwindet der Wegpunkt, wenn nicht drüberläuft. Hier ist noch eine Mod. Ob das ist so eine Annäherungskanate? Alter, diese Walker mache ich mit einem Schwertschnitt fertig. Oh, 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 oh. Hey, wo ist denn hier der Durchgang? Das müssen wir hier um die Ecke oder? Hier unten. Hier weiter. Der Wurst, der kann man nicht machen. Oh, nee, nicht wieder schon. Ah, doch. Ich dachte, wir müssen wieder hacken. Weg mal. Jetzt schlitt sie wieder ab. Spitzel, bedanke mich. Spitzel, bedanke mich. Spitzel, bedanke mich. Spitzel, bedanke mich. Spitzel, bedanke mich.